Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast. Ja, wir haben einiges verloren, meine Lieben. Wir haben einiges verloren. Ich habe eigentlich gerade schon auch wieder mal angefangen, aber ich hatte dann das Problem, das Mikro, ja, das Mikro geht, war da nicht abgeschlossen irgendwie, komisch. Ja, auf jeden Fall, wir haben schon vieles hier verloren, finde ich unsere Finger, den kaputten Camcorder und ganz ehrlich, ich glaube, selbst wir verlieren unseren Verstand und das etwas, äh, wir müssen jetzt in den Kinosaal gehen. So, hier gibt es eine Leiter. Ich lasse mal die Cam weg, ganz ehrlich. Das Problem ist irgendwie auch, dass wir mit der Cam jetzt auch nicht mehr so, sag ich jetzt mal, guten Bericht haben, wo man auch gucken kann, weißt du. Also, man sieht es ja an dem Riss hier. Ich bin ja gestört ein bisschen. Hm? Okay, finden wir hier irgendwie Dokumente oder so, nee. Das ist wunderschön. Da spielt jemand echt gut. So, die Tür kriegt man ja trotzdem nicht auf. Das ist wahrscheinlich gedacht. Oh. Könnte ich auf. Nach ihm. Ähm. Das war gut von dir. Komm zurück. Spiel für mich. Spiel für mich. So. Da hinten waren noch Türen, habe ich gesehen. Auch hier. Aber wir können es nicht benutzen. Hm. Jetzt ist es immer wieder weg. Hier ist nichts drin. Im Regal. Jetzt, jetzt da. Das ist ein Finger. Komm, komm, zeig den anderen. Das ist halt immer nur die Hand. Knallert. Da spielt Exit. Hm. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Nein. Oh. Okay. Ähm. Geht es euch gut? Oh mein. Jetzt muss ich das Gespräch aufgenommen. Junge. Unruhe. Anben, New Mexico. Clearance. Sierra Alpha. Subject, Dr. Rudolph Wernicke. 14866. The boobs are weird. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. Die Autopsis revealed that the tumours were pure dead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt. But we believe. The overwhelming fear, ecstatic rage, English birds are insufficient. More than hope. The human mind in this environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed a lot of horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects to achieve something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wellrider was a gateway. A gateway to what? you said Project Wellrider was a mother of a man. What a hero of a man. A cave of a man. A cave of acomitbr Sei. Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gradwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Person, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb im Film, den sie zeigen, ersetzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstülms. Ich blinzle und sehe Rohrschachttests, die wie ausschwärmende Sekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den War Rider zu beschwören. Es ist das Summen. Höre es, mein Knochen. Wie sagt ihr, wir haben schon die jetzt. Und ich glaube, das letzte, was wir noch verlieren können, ist unser Verstand. Und unser Leben natürlich. Das ist sehr brutal. So. Mach die mal zu. Telefon ist besetzt. Oh mein Gott, Alter. Siehst du auch's? Der versteckt sein Gesicht. Oh, eine Akte. Schön regelmäßig die Hände. Betreffend an, äh, AW, gleichschmessende Bakterien. Nekrotisierende Fasitis. Wirklich verdammt, ich kündige. Natürlich kündigst du. Und dann bist du hinterher auch hier. Okay, hier komme ich weiter. Geht's hoch. Ich kann ja mal hier reinschauen. Oder auch nicht. Hm. Ich seh' ne Batterie. Ja. Kollege. Kommen Sie da bitte raus. Äh. Ah. Ah, ich denk's mir schon. So. Eigentlich dachte ich ja im Endeffekt, dass da keiner mehr ist. Klar, einer hat den Film angemacht. Das heißt, der, der den Film anmacht, der muss ja auch dort sein. Schluss nicht. So. Hier geht's nicht mehr weiter. Rüber. Arrrr. Wie? Ist diese Tür aufgegangen? Die war grad eben noch zu. Ich spring runter. Ohne Witz. Ja, Mann. Binde Vater Martin in der dritten Etage. Ich will halt auch Batterien irgendwie sparen. Aber es ist echt schwer. So. Komm ich jetzt hier durch? Hä? Ich hab mich ein bisschen erschreckt gerade vom Dicht. So. Oh. Verdammt. Batterie gefunden. Batterie wieder eingesetzt. Äh. Äh. Nicht gut. Nicht gut. Ja, blöd. Ich will hier so ein bisschen noch reinglotzen. Das sind die zwei Gebrüder grünen. Ja. Dann bin ich, äh, mal weg. Und das ist ganz schnell. Nach oben. Da ist er ja. Der andere hat sowas wie Kamelchen-Augen. So. Schlüssel. Wir gehen nach oben. Sagt Arrivederci, kollego. Und ich kaufe dir eine Hose, ja? Wenn ich hier draußen bin. Äh. Warum machst du zu? Wie ist noch so, gibt es ein Schlüssel notwendig? Ist abgeschlossen, okay. Ähm. Ist nicht abgeschlossen. Gucken wir uns ein bisschen hier um. Okay. Keine Batterien mehr. Nicht gut, nicht gut. Hier ist jemand. Okay. Gut zu wissen. Hey. Wie geht es dir? Hallo. Ich werde mich wegschubsen. Ich mach die Köstin. Komm. Ich mach dich fertig. Nee, ich geh jetzt zu unserem Prediger. Oder auch nicht. Das ist eine Tür. Da ist eine Toppenpflanze. Hm. Wir hatten sie ja Monitore. Und wieder diese atmosphärische Störung. Ein Patient kniet und betet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht wollte er was. Ich höre. Nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu kommen. Der Priester nannte es Das Evangelium des Sandes. Hm. Meinte mit atmosphärischen Störungen. Das Licht. Man weiß es nicht. Aber wir lassen den Bruder mal beten. So. Monster. Nein. Ah. Noch ein Beta. Bitte schön weiter, Bruder. Ob er höflich. Okay. Ein Klo. Können wir ja mal alle Türen aufmachen. Gucken, ob wir Batterien irgendwo in der Toilette finden oder so. Please avoid contamination. Wash your hands. Ja. Fleischfeste Bakterien. So hieß es doch. Schwierig, diese Kamera einfach mal wegzulegen. Wenn ich ehrlich bin. Oh. Wollen wir noch gucken. Aber es sieht so aus, als wäre jeder am beten. Die auch. Er hat eine Hose. Bruder, warum ziehst du die nicht an? Hier ist doch. Guck mal. What the fuck. So. Noch ein Beta. Und noch ein. Und er hat sogar eine Hose an. Oh mein Gott. Und der auch. Nehmt euch mal drüber ein Beispiel, bitte. Ist es nur einer? Ich hab's doch gewusst. Es gibt noch ein Dokument. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nähert. Bitte nimm mich, War Rider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in meine Füße. So, es hört sich schon ein bisschen so sektenmäßig an. Äh, ja. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das Vater Martins Zimmer ist. Könnte ja sein. Weil, wie wir wissen, ist er eigentlich auch nur ein Irrer. Eine Batterie. Perfekt. Und da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen da durch. Da war nochmal das Fenster. Ja. Okay. Wir müssen da rüber. Allein das Wetter hier. Das gibt's nicht. Noch ein Wetter. God Hate Sickness. Hätte die Tür zugemacht. Ah, hier komme ich dann raus. Wie geil ist das denn? Gott Hate Sickness. Gott Hate Money. Gott always provides a way. Oh. Ähm. Entschuldigung. Entschuldigung. Amen. We insist. My job. You alone shall escape it, Alpha. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. Du wirst die Reise des Todes. Du wirst die Todes, die meine Resurdezion. Und zusammen werden wir uns frei. Du bist nicht mehr in den Gefahr. Ich habe den Elevator gelegt. Es wird dich auf Freiheit bringen. Wir werden alle sein. Du, mein Vater. Du, mein Vater. Oh mein Gott. Du, mein Vater. 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 Das ist also der Schlüssel. Schlüssel für den Aufzug. Wow. Wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Und dann sind wir endlich mal draußen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. апrech ... Cummerizung.